Weil die wirtschaftliche Lage trüb ist und viele Flüchtlinge kommen, beziehen mehr Menschen Bürgergeld als gedacht. Deswegen braucht Arbeitsminister Hubertus Heil mehr Geld vom Steuerzahler. Zu den 2,1 Milliarden Euro, die er bereits beantragt hat, könnten noch weitere Milliarden kommen. Das hat zwei Gründe. Zum einen steckt Deutschland länger und tiefer in einer wirtschaftlichen Rezession, als das vor einem Jahr von politischer Seite prognostiziert wurde. Kein anderes Land in der EU entwickelt sich derzeit so schwach, woraus abzulesen ist, dass einige Wirtschaftsprobleme hausgemacht sind. Der zweite Grund, das Bürgergeld, haben im ersten Halbjahr 2023 vorwiegend ausländische Familien erhalten, unter ihnen viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und unmittelbar Anspruch auf diese Staatsleistung haben.